Wenn Sie jetzt gehen, dann werden Sie nicht nur die Monarchie unwiderruflich beerdigen. Nein, Sie werden einem tief zerrissenen Volk den letzten Halt nehmen. Na dann, gute Reise. Es lebe die Republik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Wesen unserer Verfassung soll vor allem Freiheit sein. Freiheit, ihr allen Volk gelassen.